Ja Jungs und Buhren, äh, freien, erwischt, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch nur sagen, ich bin live auf Twitch und bei Sechsen im Verletzte Fach 5. Ich habe euch einen Link unter der Beschreibung rein. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach ausrufen und mitspielen, damit ihr gechattet. Haut rein, tschüss.